. Es ist ein strenger Beruf. Ja. Es ist ein strenges Leben. So eigentlich? Ja. Bist du eigentlich gestern von weg? Mit dir, Jonas? Stimmt. . . . . . . . . Wir waren vor allem neugierig, zu sehen, bei einem Stück, das wir schon 600 Mal gespielt haben, und jede Bewegung kennen und jede Reaktion vom Publikum, wo sich grosser Modo mehr oder weniger gleicht im deutschen Raum, ob das deckungsgleich wird sein in China. . 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